Hallo liebe Geschwister, willkommen zu unserer Sendung die Stunde der Wahrheit. Ich habe heute ein neues Thema. Wir hatten letztes Mal über die falschen Christen gesprochen und ich möchte vielleicht weiter in diese Richtung gehen. Ich trinke mal ein bisschen Wasser, bevor ich also die ganze Zeit nur mache. Also mit dem Herrn Gnade werden wir also das Thema, also ein neues Thema heute anfangen. Wisst ihr, ich habe in den letzten Zeiten versucht, also mit ein paar Geschwistern, also sogenannten Geschwistern im Internet, über Facebook oder über Instagram hier in Deutschland über Joshua zu reden, über die verschiedenen Themen, also die wir heute erleben. Wie zum Beispiel dieses Thema, also das Thema über Rassismus. Ich finde, ich finde es also richtig schade, dass es trotzdem noch Leute gibt, also die einfach nicht verstehen, also was genau bedeutet, also ein Christ zu sein. Man muss also so oft die Bedeutung von Christsein immer und immer wieder erklären. Es ist wirklich schade, vor allem für die, die sich als Christen bezeichnen. Es ist richtig schade, dass man, dass man es also nicht versteht, weil normalerweise also ein Christ, also jemand, der sich als Christ bezeichnet, soll nicht mal so ein Zeichen von Rassismus oder von Rassismus zeigen. Er sollte sogar Solidarität gegen Rassismus also zeigen. Wenn die Leute also aufstehen, also wie zum Beispiel, also was ich in, was ich in Amerika sehe oder sogar auf die ganze Welt, das Thema Black Life Matters, also das sollte man als Christ normalerweise also solche Sachen unterstützen, weil der Herr, unser Herr schickt uns also zu allen Nationen und wenn ein Christ so sieht, dass ein bestimmte Völker oder eine bestimmte Gruppe oder oder bestimmte Hautfarben also irgendwie vernachlässigt werden, also wegen ihrer Herkunft oder ihre, genau, also wegen ihrer Herkunft oder Hautfarbe, da sollte man also irgendwie aufstehen, da sollte man also schon dagegen auch kämpfen, also Solidarität gegen, also für die Leute, die dagegen kämpfen zeigen. Aber ich finde es also richtig, richtig schade. Nehmen wir zum Beispiel, nehmen wir in Matthäus, das Thema in Matthäus, ich möchte gerne also etwas heute erklären, bevor ich also das vertiefe, möchte ich also kurz bieten. Herr, leite mich bitte, ich bete, dass dein Wort, nur dein Wort kommt, Herr. Bitte gib mir die Weisheit und gib mir deine Wörter, im Namen Joshua Maschia. Amen. Also wir sind in Matthäus Kapitel 28, Matthäus Kapitel 28, da steht ab Vers 19, da sagt also Joshua Maschia, Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jünger und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das ist also Vers 19. Hier sagt uns Joshua Maschia, das ist sein Wort. Er hatte also zu seinen Jüngern gesprochen und da sagte er, geht hin zu allen Nationen. Was sind das überhaupt, die Nationen? Es gibt so viele Nationen also auf dieser Welt. Was macht überhaupt, was ist also die Bedeutung von Nationen? Nationen, was sieht man überhaupt in einer Nationen? Eine Nation, Nationen sind Leute, also es sind also Leute, die eine bestimmte Sprache haben, bestimmte Kultur haben, bestimmte Art und Weise, also wie sie leben und ein bestimmtes Gebiet, Ort, also haben. Das sind also Nationen. Und hier, wenn der Herr sagt, also geht über, was sagt er? Geht, geht nun hin und macht alle Nationen, das heißt also da geht alle Nationen, wir überschreiten alle Grenzen, wir gehen über die Grenzen, die diese Welt einfach sehen. Die Grenzen, die wir sehen, zum Beispiel zwischen Frankreich und Deutschland. Das sind also zwei verschiedene Nationen, die eine bestimmte Sprache haben, bestimmte Regeln und auch eine Grenze haben. Aber da geht man also über diese Grenzen, man versucht also die Leute, man geht also zu den Leuten. Und was gibt es auch noch? Also Nationen, also in Afrika gibt es auch noch Nationen, also Leute, die, also Kontinenten. Es gibt so viele Nationen auf dieser Welt mit verschiedenen Sprachen, verschiedenen Hautfarben, verschiedene Kulturen, alle. Der Herr schickt uns zu allen Nationen. Wisst ihr was? Warum ist es so? Weil Gott die Menschen sieht. Er sieht nicht, also die Hautfarbe, Augenfarbe oder sowas, er sieht das nicht, er sieht die Menschen. Weil normalerweise also dieser Begriff, also Rassen und so, es gibt nur eine Rasse normalerweise, geht zu allen Nationen, allen Menschen. Und da steht man einfach fest, also dass diese, die Gemeinden, die ich also heute sehe, und ja, es ist schön, wir sind vielfältig und so weiter. Aber es gibt so, wir bauen selber Mauern zwischen verschiedenen Gemeinden. Ah, das ist die Gemeinde für die, das sind die afrikanische Gemeinde, das ist die deutsche Gemeinde. Ja, okay, die Sprachen, man können also die verschiedenen Gemeinden, aber ich erzähle mal etwas. Also ich war einmal in einem, als ich Christ geworden bin, ich bin Christ hier in Deutschland geworden. Dann bin ich in eine Gemeinde gegangen. Aber bevor das, bin ich erstmal allein gewesen, zu Hause. Ich habe angefangen, also die Bibel zu lesen. So viel Zeit, dass ich mit dem Herrn verbrachte, ich hatte keine einzige Gemeinde besucht. Gar nicht. Monatelang habe ich also die Bibel, ich hatte mich dann mit der Bibel befasst. Ich habe einfach gelesen, weil Joshua mein Herz berührt hatte. Und ich war, es hatte mich so gefreut. Also ich wollte, irgendwann mal wollte ich also Geschwister, Christen auch treffen. Dann bin ich also in eine Gemeinde gegangen, als eine Gemeinde, also eine deutsche Gemeinde. Bin reingegangen, in diese Gemeinde gab es also fast, also es gab keine einzige Schwarze. Ja, okay, ich bin in einer kleinen Stadt und, aber es war so. Ich bin also in diese Gemeinde reingegangen. Ich hatte mich so gefreut, also Christen zu sehen. Christen zu sehen. Für mich war das also überhaupt, es war egal, ob ich das so weiß oder so. Ich hatte mich so gefreut, Geschwister im Herrn zu sehen. Und es gab Lobpreis, Predigt war schön, super, alles. Nur zu hören am Ende, dass jemand, also da kam jemand auf mich zu und sogar der Pastor und die Geschwister dort, die sagten, ja, weißt du, es gibt also eine Afrika. Wo kommst du her? Ja, ich bin ursprünglich aus Afrika, dieses Land, bla bla bla. Ja, ah, okay, weißt du was, du musst nicht unbedingt also mit uns Gemeinschaft haben. Es gibt da, hier ist die Adresse, dort gibt es also eine afrikanische Gemeinde. Ich war so schockiert. Ich habe mich so hier wohl gefühlt. Ich hatte mich so wohl gefühlt. Es war schön, Gemeinschaft mit Geschwistern zu haben, aber nein, man wollte mich nicht haben. Weil ich so anders aussehe. Weil für sie war das so, ach ja, hier habe ich also wahrscheinlich keinen Spaß oder hier werde ich mich also nicht wohlfühlen. Nein, bei den Afrikanern, da gibt es so eine afrikanische Gemeinde. Dort wirst du dich also wohlfühlen. Seht ihr, wie wir uns selber, wie wir selber Mauer zwischen uns bauen? Deswegen bin ich also wirklich nicht für diese ganzen verschiedenen Gemeinden, Namen da und, und, und. Weil der Herr Joshua Maschia sieht nur eine einzige Gemeinde. Deswegen sagt er, geht über die Nationen, geht hin. Alle Nationen. Alle Nationen. Aber was sieht man also heute? Afrikanische Gemeinde, chinesische Gemeinde, oder asiatische Gemeinde, und, 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 und. Du gehst also in eine Gemeinde rein, fühlst du dich also unwohl, weil... Meine Frau hat sogar eine Geschichte erzählt, also sie war in eine Gemeinde rein und blödlich, also sie hat gebetet. Und dann am Ende, papp, zack, war sie allein. Alle sind also weggegangen. Und am Ende, sogar grüßen, es war so schwer. Ja, es ist schade. Es ist wirklich schade. Geht alle Nationen über die Grenzen. Alle Grenzen. Man geht einfach über, weiter. Und macht sie zu jünger. Halleluja. Deswegen ist es so wichtig, zu verstehen, was genau dieser Begriff Jünger bedeutet. Was bedeutet... Also, dieser Begriff Christ ist entstanden, als die Leute in Antiochia die Jünger gesehen hatten. Die hatten die Jünger beobachtet. Apostelgeschichte 11, Vers 26. Lesen wir das einfach. Gehen wir. Apostelgeschichte, Kapitel 11, Vers 26. Oder lese ich also ab... Ja genau, Vers 25. Er zog aber auch nach Tarsus, um Saulus aufzusuchen. Jetzt Vers 26. Und als er ihn gefunden hatte, brachte er ihn nach Antiochia. Es geschah ihnen aber, dass sie ein ganzes Jahr in der Gemeinde zusammenkamen und eine zahlreiche Menge lehrten. Und eine zahlreiche Menge, also eine zahlreiche Menge, und dass die Jünger, die Jünger zuerst in Antiochia Christen genannt wurden. Halleluja. Und dieser Begriff Christen bedeutet Jesus, Jesus Nachfolger oder Maschia Nachfolger. Messias, Christus Nachfolger. Weil der Begriff, also Jünger, auf Griechisch ist Christianos. Es kommt, also das ist genau der gleiche Begriff wie auf Englisch Christian. Und Christianos hat also mit Christus zu tun. Also mit Joshua Maschia, Jesus Christus zu tun. Und deswegen sagt man, Christen sind Jesus Nachfolger. Halleluja. Aber bevor sie Christen geworden sind, bevor dieser Begriff Christen entstanden ist, sieht man nur Jünger. Sogar der Begriff, also Jünger, taucht mehr, also öfter als Christen. Christen taucht so wahrscheinlich zwei oder drei, ich glaube dreimal in der Bibel. Nur dreimal. In 1. Petrus, Kapitel, ich glaube Kapitel 4 und dann noch in der Apostelgeschichte. Als Paulus mit dem König, also mit Agripa gesprochen hatte. Und dann sagte Agripa, willst du mich auch als Christ konvertieren oder sowas? Nur so, nur da, aber man hört öfter Jünger. Jünger. Aber was ist überhaupt also Jünger? Was bedeutet das überhaupt? Man sieht also, dass der Herr Joshua Maschia, er hatte Jünger. Man sieht auch, dass sogar Johannes der Täufer hatte auch Jünger. Was bedeutet überhaupt also Jünger? Alleluja. Der Begriff Jünger sehen wir also nochmal in Matthäus, ich gehe zurück in Matthäus 28. Matthäus 28, also Vers 19. Da steht, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jünger und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Aber Vers 20. Und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Liebe Geschwister, dieser Begriff Jünger, Jünger bedeutet ein Schüler. Jünger, Jünger, Jünger bedeutet ein Schüler, ein Lehrlinger. Jemand, der die Lehre von seinem Meister, von seinem Lehrer folgt oder tut. Er hat das angenommen und er tut das. Er macht das. Alleluja. Also der Begriff auf Griechisch, das ist also dieser Begriff, also Matete oder Mantano. Also Matete oder Mantano auf Griechisch. Das bedeutet ein Schüler, ein Lehrlinger. Und man sieht also, dass Joshua, Mashiach sein, also die Leute, die ihm gefolgt hatten, die Leute, die bei ihm waren, er hat sie, also seine Jünger, die waren seine Lehrlinger, seine Schüler. Ein Lehrlinger, ein Schüler, damals ist jemand, der einen Meister hatte. Und der Jünger, also diese Lehrlinger, hatte immer die Lehre, liebe Geschwister, die Lehre von seinem Meister angenommen. Immer gefolgt und getan. Alleluja. Deswegen wurden sie Christen genannt. Die haben also die Jünger beobachtet. Und dann haben sie also die Jünger beobachtet, die haben gesehen, dass die Jünger genau die Lehre von dem Meister, Joshua, Mashiach, getan hatten, gefolgt hatten, umgesetzt hatten. Und so wurden sie Christen genannt. Ah, Jesu Nachfolger. Die sind erstmal Lehrlinger, Schüler gewesen. Alleluja. Die die Lehre von dem Meister angenommen hatten und auch umgesetzt hatten. Alleluja. Das ist also ein Jünger. Und deswegen sagte Joshua, Mashiach, geht in alle Nationen und macht sie jünger. Und er hatte noch dazu gesagt, lehrt sie. Oh, Halleluja. Er sagt ganz klar, lehrt sie. Alles. Nicht nur ein kleines Teil. Alles zu bewahren. Was ich euch gelehrt habe. Wenn man also über alle Nationen geht. Wie kann ein Christ, wie kann ein jünger Joshua, Mashiach, Probleme mit anderen Nationen, Probleme mit anderen Hautfarben, Probleme. Was soll denn das? Ein Christ nimmt also seine Geschwister. Er nimmt sie alle Geschwister. Egal, ob man also, 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 ob man also aus, keine Ahnung, oder schwarz, dunkel, richtig schwarz, weiß. Und nun, ein Christ, ein jünger Joshua, Mashiach, er geht über, über diese Grenzen. Alleluja. Er zeigt die Liebe. Alleluja. Weil, ich habe also Sachen hier erlebt. Und das, da muss man also die Wahrheit zeigen. Diese Sendung heißt also die Stunde der Wahrheit. Es geht um die Wahrheit. Ich habe das so oft erlebt. Da kommt also jemand auf dich zu, sogar, sogar Christen. Ja, weil ich also, ich habe sowieso bemerkt, ich bin, ich bin nicht ursprünglich aus Deutschland. Ich habe die Sprache hier gelernt. Ich mache so viele Fehler. Ich mache so viele Fehler in Grammatik und Akkusativ, Dativ. Das ist nicht einfach für einen Ausländer. Aber ich habe gelernt, die Sprache, ich habe die Sprache gelernt. Und, und damit, damit ich mich also mit Leuten so hier in Deutschland, ja, kommunizieren kann. Und der Herr Joshua, Mashiach, gibt mir nur die Gnade, in dieser Sprache auch zu predigen. Alleluja. Aber oft, da sprichst du also mit Leuten, also da machst du also ein, zwei, drei Fehler und, und, und. Und dann wirst du überhaupt nicht ernst genommen. Sofort merkt man das. Weil derjenige, der denkt, also weil der denkt, dass er die Sprache besser kennt, er stellt sich also sofort über. Oh, Halleluja. Sogar, es gibt sogar, ich habe Geschwister, die nicht so gut sprechen, also wie ich. Ich habe einige, die reden noch, die sind noch besser. Die können also, die sprechen, die beherrschen, die sprechen so gut. Aber, man merkt sofort, okay, derjenige, der so gut spricht, also will sofort, wie sagt man das, also er stellt sich also schon über den anderen. Ich erinnere mich, also da war so, so ein Kerl, er kam in die Gemeinde und konnte, also die Sprache, er sprach wirklich, also wie ein Buch. Aber, aber, das ist nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist also die Liebe zu Joshua Maschia. Das Wichtigste ist also, dass der Herr in uns lebt. Wir hatten da letztes Mal also vom Öl gesprochen. Die Bibel sagt, wer das Öl auf seinem Kopf hat, der wurde ausgesondert. Ausgesondert von Joshua Maschia. Das Öl ist also das Zeichen, das ist also ein Bild vom Heiligen Geist. Also die Kinder Joshua Maschia sind alle, die diesen Heiligen Geist bekommen haben. Die jüngeren Joshua Maschia, die sind die, die den Heiligen Geist bekommen haben. Die seine Lehre annehmen und seinem Wort folgen. Die sehen keine Rassen mehr. Die sehen also keine großen Unterschiede mehr mehr. Okay, du sprichst gut oder du sprichst so oder so. Das ist nicht wichtig. Die Liebe, Joshua Maschia geht über diese Grenzen. Geht über. Aber das Problem, das Problem ist also, dass es gibt auch viele, die nicht mal also jünger Joshua Maschia sind. Die sind in irgendwelche, wie sagt man das, also Vereine angetreten. Die sind, viele Gemeinden sind also heute Vereine geworden. Vereine aber das, die Gemeinde Joshua Maschia ist nicht so eine Organisation von Menschen. Nein. Die Gemeinde Joshua Maschia. Die Gemeinde Joshua Maschia ist voll mit Leuten, die den Heiligen Geist bekommen haben. Die das Öl haben. Die jünger Joshua Maschia. Es gibt Leute, die sind also jünger von Menschen. Die sind jünger von irgendwelchen Menschen. Wenn diese Menschen also so laufen, dann laufen sie genauso. Wenn diese Menschen also so reden, dann reden sie genauso. Nein. Hier geht es um Jünger von Joshua Maschia. Jesus Christus. Er sagt ganz klar. Lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Das heißt also, die Jünger, die Lehren, die sie bekommen haben, die sollten das also weitergeben. Und das über alle Nationen. Über alle Nationen. Bist du ein Jünger Joshua Maschia oder von einer Gemeinde oder von einem Pastor? Es gibt Leute, die sind jünger von einem Pastor, aber nicht von Joshua Maschia. Ein Jünger ist bereit, alles aufzugeben, um seinem Meister zu folgen. Nur seinem Meister. Wer ist unser Meister? Joshua Maschia. Joshua Maschia. So, ich brauche da so ein paar. Nehmen wir Lukas. Ich habe ein Vers gerade. Dankeschön. Halleluja. Lukas Kapitel 6. Genau. Lukas Kapitel 6. Steht was dort. Es ist ziemlich hart. Erstmal Lukas Kapitel 14. Genau. Lukas Kapitel 14. Kapitel 14. Lukas Kapitel 14. Halleluja. Nehmen wir ab Vers. Vers 26. Lukas Kapitel 14, Vers 26. Da steht. Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und die Mutter und die Frau und die Kinder und die Brüder und die Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Wow. Jünger von einem Mensch. Jünger von einer Konfektion. Jünger von einer Gemeinde. Jünger von, keine Ahnung, von Papst. Oder Jünger von kein... Jünger von Jünger. Jünger von Jünger. Es ist kein Spiel. Es ist kein Spiel. Hier dieser Begriff, was wir so hassen, hat nicht mit zu tun, dass man also die Leute keine Liebe zeigen, also Hass, nein. Nein, es geht darum, Joshua Mashiach als allererste Stelle zu setzen. Dass er diese erste Stelle bekommt. Und dann kommt der Rest. Joshua Mashiach. Joshua Mashiach. Oh, ich bin ein Jünger, ich bin ein Jünger, ich bin ein Jünger. Bist du ein Jünger? Sind wir wirklich Jünger von Joshua Mashiach? Deswegen hatte ich also letztes Mal heute diese Frage gestellt, sind wir wirklich alle Christen? Sind wir Christen? Oh, Herr, du bist so wunderbar. Oh, Joshua Mashiach. Also jetzt Vers 27. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein. Halleluja. Viele haben das also falsch verstanden. Viele, also vor allem, also die, ja, ich nenne nicht mal also diese Kirche hier. Also die dachten, die haben verstanden, okay, wer nicht sein Kreuz trägt, dann haben sie also so eine Kette, da gibt es ein Kreuz und die bezeichnen das, weil sie diese Kette tragen, tragen sie ihr Kreuz. Und so wollen sie also sagen, dass sie Christen sind. Nein, Christus hat gelitten. Er hat dieses Kreuz getragen, das Leiden, um das Ganze zu erfüllen, damit wir gerettet werden. Er meint hier das Leiden als Christ. Nicht, dass man also die Prozession oder sowas macht. Nein! Das Leiden als Christ, also wo die Leute uns irgendwie spotten, wo, wenn unser Fleisch zum Beispiel gegen, wir kämpfen, wenn das Fleisch, also uns sagt, also wir sollen sündigen, aber wir kämpfen dagegen, wir sagen nein, wir wollen in der Heiligung bleiben. Das ist unser Kreuz tragen, liebe Geschwister, dass wir auf dem Weg mit dem Herrn bleiben, egal was passiert, egal was die Menschen uns sagen, egal wie schwer das ist, das ist unser Leiden. Wer bereit ist, also diesen Weg, also mit dem Herrn zu gehen, der trägt also sein Kreuz, das ist es. Und Joshua sagt hier, kann nicht mein Jünger sein, wenn du nicht bereit bist, also dieses Kreuz zu tragen. Er geht nur weiter und da gibt es so Beispiele noch, aber ich möchte nur den Vers 23 lesen. Lukas 14, Vers 23, da steht, so kann nun keiner von euch, der nicht allem entsagt, was er hat, mein Jünger sein, Alleluja. Alles, was du hast, das sollst du ablehnen, ablehnen, wenn du nicht bereit bist, wenn wir, ich sage sogar wir, wenn wir nicht bereit sind, alles abzulehnen, also was wir haben, was wir sind, Joshua, Maschia zu folgen, können wir überhaupt nicht seine Jünger werden oder seine Jünger sein. Wow. Die Latte ist also ganz hoch gestellt, ganz hoch. Nicht, was man uns in vielen Gemeinden da erzählt. Bist du Joshua, Maschia, bist du noch so als Herr an dem, ja, okay, jetzt wiederholst du an, heute, heute, bin ich, bin ich, ein Krieg geworden, ja, was? Wenn du da drin nicht verendet bist, kannst du nicht als ein junger Joshua, Maschia sein. Und ein junger Joshua, Maschia folgt seinen Meister. Er folgt keine Konfektion, er folgt nicht als ein bestimmter Papst oder Gruppe oder Kirche oder keine Ahnung, nein, der Meister. Dieser Meister ist Joshua, Maschia, Jesus Christus. Er tut alles, seine Lehre zu bewahren, zu folgen. Das ist also ein junger Joshua, Maschia. Halleluja. Und, dankeschön, Herr. Vers, äh, Lukas 6, ich wollte Lukas, Lukas 6, oh, Halleluja. Lukas 6, Kapitel 40. Nein, Lukas Kapitel 40, Vers 6. Vers, da steht, ein junger ist nicht über dem Lehrer. Jeder aber, der vollendet ist, wird sein wie sein Lehrer. Das Ziel ist, dass man will sein wie der Lehrer werde. Aber was sieht man heute? Weil der Pastor oder der Priester oder der Pfarrer sich so kleidet. Ja, die Jünger, die Jünger, die machen so. Weil er so redet, man spricht auch so. Weil er so und so und so tut, dann tut man das. Aber solange der Pastor oder die verschiedenen Lehrer von der Gemeinde, solange sie nicht wie der Meister sind, können wir vergessen. Können wir vergessen. Wie zum Beispiel, also heute sehe ich, was sieht man? Oh, oft im Internet, alle, weil also ein Präsident die Bibel in der Hand so posiert hat. Und, 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 und. Und alle, oh, er ist ein Christ. Oh, und folgen alles, was er sagt. Die Verführung. Glaubt ihr, weil also die Bibel so in der Hand, so Hitler hat da auch so ein Fotos gemacht. Viele haben da solche Fotos gemacht. Die, die, wie sagt man das, also in Afrika nennt man sie ja so ein Ganga, so diese Mahabu, Scharlatan. Die nehmen, die posieren auch mit der Bibel. Heißt das überhaupt also, dass sie Jünger, Joshua, Maschia sind? Heißt das? Deswegen, sagt er, unser Herr, an die Früchte soll man sie erkennen. Die werden an die Früchte. Wenn er wirklich also ein Christ ist, lies mal also die ganze Twitter. Alles, was er da in den Twitter schreibt. Sind das also die Früchte von einem Christ? Von einem jungen Joshua, Maschia? Also tut mir leid, liebe Geschwister. Nicht, weil jemand so eine Prophezeiung oder sowas erfüllt hat. Das macht ihn also ein Christ. Also tut mir leid. Lasst euch nicht also so verführen. Das ist zu einfach. Ein junger Volk, die Lehre, Joshua, Maschia. Halleluja. Das wollte ich also heute geben. Ich will nicht so lange darüber sprechen, aber deswegen werden wir jetzt gewisse Lehre geben, damit die Jünger Joshua, Maschia, aufstehen und sich vorbereiten. Als letztes Beispiel, danke Herr. Ah, Halleluja. Ich liebe es. Es ist so schön, vom Herrn Joshua, Maschia, geleitet zu werden. Wenn er, wenn der Heilige Geist immer die Verse und 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 gibt, das ist wunderbar. Heiliger Geist, Joshua, Maschia. Joshua, Maschia ist der Heilige Geist. Halleluja. Und da gibt es auch nur eine. Der Vater, Gott, der Vater. Diese falsche Lehre. Da gibt es Leute, die beten, die reden also zum Vater und dann, wenn sie fertig sind, jetzt will ich also mit dem Sohn reden. Okay, und jetzt will ich also mit dem Heiligen Geist reden. Und, 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 und. Das ist dieselbe Person. Halleluja. Das ist also eine andere. Es gibt sogar Lehre darüber, also über Joshua, Maschia. Also die Göttlichkeit, unser Herr. Halleluja. Ich lese also Kapitel 25. Hatten wir das also letztes Mal gelesen, das sind also die fünf Törich und die fünf Klüge, Jungfrauen. Und da steht also in Vers, in Vers, Vers 7, da standen alle Jungfrauen auf und schmückten ihre Lampen. Also die Jungfrauen waren also alle eingeschlafen. Alle sind eingeschlafen. Aber dann gab es also eine Stimme. Die Stimme hatte geschrien. Die Stimme hatte geschrien. Der Beutigam ist da. Diese Stimme schreit gerade noch und sagt, hey, der Beutigam ist da. Steh auf. Die sind alle aufgestanden. Die sind alle aufgestanden und im Vers und, und dann aufgestanden und schmückten ihre Lampen. Die Zeit ist gekommen, dass wir unsere Lampen schmücken. Wir Kinder, Joshua, marschieren. Die Lampen schmücken ist die Vorbereitung. Und das werden wir also jetzt machen, wo wir Lehre für die Jünger geben werden. Für die Leute, die die Lehre, die dem Meister folgen wollen. Weil der Herr sagte uns also in Matthäus 28, Vers 19, das geht alle Nationen und lädt sie zu bewahren. Deswegen werden wir also durch diesen Kanal, also zurück zum Wort oder Stimme eines Predigers und, und, und. Alles, was wir da machen, wir werden Lehre geben, damit die Leute sich aufstehen. Damit die Leute ihre Lampen, die Lampe schmücken. Nicht für die, die das ablehnen. Nicht für die, die das Wort Gottes nicht nehmen wollen. Es geht um die, die Joshua, marschier als Herr haben, als Meister haben. Mein Bruder, meine Schwester, die Zeit ist gekommen, dass wir aufstehen, dass wir uns also nicht von diesen Verführungen ablenken lassen. Dass wir, es gibt Leute, die verbringen so viel Zeit in Facebook, in Instagram und in YouTube und hören also nur ein Schmarrn. Nicht die Lehre von Joshua, marschier. Die Zeit ist gekommen, dass man sich also um die Lehre, die Lehre konzentriert. damit wir unsere Lampen schmücken. Die, die das Öl haben, müssen jetzt die Lampen schmücken. Die, die kein Öl haben, es gibt nur Zeit. Geh schnell hin und hol dein Öl. Und wird also ein jünger Joshua, marschier. Werdet also ein jünger Joshua, marschier. Ich danke euch im Namen Joshua, marschier. Jesus Christus, unser Herr. Er ist unser Meister. Ein Jünger folgt sein Meister. Und unser Meister ist Jesus Christus, Joshua, marschier. Halleluja. Ich danke euch im Namen Joshua, marschier. Amen. Musik 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 Musik